ganz ganz komisch naja dann eben nicht gehen wir weiter am rande entlang hat sich ja bis jetzt immer ganz gut ja ich glaube er stimmt schon wieder wer stimmt guck mal hier waren wir ja noch nie also mal was neues ich habe dann schon wieder irgendwelche fremd drops das ist ich verstehe es nicht ich verstehe ich verstehe dieses streaming nicht verstehst mich nicht ab weihnachten denn ich werde zu den leuten gehören die die ps5 erst sehr spät kaufen würden irgendwie sind wir da bei unserer drücke das kann dann nicht sein achtung schlangen 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 37 20 36 20 ja ich hab's jetzt schon im visier warum nehme ich eigentlich warum sieht der stein so komisch aus ich müsste doch eine obsidian klinge haben oder so ja aber bei aller liebe hier muss doch irgendwo was sein hier geht's hi was heißt unterhalten to entertain you good you sir have flow it's awesome I like your streams funny Freitag in der grünen Hölle ist der Fussel los good I'm about to design a cool overlay for your streaming take a look the reference on my profile pictures by way green hell is so random and so funny thanks for the overlay but I can't pay you anything I'm small or a little streamer and I have one or nothing no 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 money so so one more right wusstest du dass du für deinen Charakter Kleidung und Frisur anfassen kannst nö geht anstand irgendwie naja so eine schöne Irokesen Frisur ja schon geil ne aber ich könnte mal eben folgendes machen 1 2 nicht ein toter Vogel ja nach Aussagen von Kray Pacha also den Entwicklern ist zum Release das DLC ist jetzt aber erstmal nur der Mehrspieleroption für den Survival Modus geplant also wir spielen ja nur in Survival Modus wir haben kein Ziel wir sind einfach nur Survival ja dann wasch dich mal du siehst sehr dreckig aus brauchst du Wasser also heißt im Klartext wir haben eigentlich kein Ziel außerhalb überleben aber das kommt bestimmt noch naja aber hier sind doch noch wenn die Ressourcen bei ihnen noch passen also so steht so im Bericht von Gamestar drin ich hab jetzt mal ganz frech nebenbei gegoogelt also laut Entwickler falls sie noch irgendwie Ressourcen haben für ne Weiterentwicklung dann ja aber es dauert au ach man immer das Gelaber über Spiele wenn man spielt ey es reicht verdammten scheiß Drecksviecher du bist ne Herschöne da reingelaufen ne eine Schlange weil genau in dem Moment wo ich mich auf dich konzentriere ist hier ne Schlange Mann riecht mich das auf das ist doch mal die Tassenfähigkeit nein bin ich nicht und will ich auch nicht sein du bist aber ne schlechte Frau oh Ameisen, Ameisen, Ameisen ah natürlich bin ich ne schlechte Frau weil ich bin ein Mann ja mich stört zum Beispiel auch wenn ich Gürteltiere töte warum kriege ich dann keinen verdammten Panzer von denen hat doch beim letzten Mal geklappt ich hab nur Fieber dem Tod bin ich von der Schippe gesprungen na dann hier ist schon die nächste scheiß Schlange da unten die Knochen da unten die Schlange und die Knochen brauchst du Maden? äh aktuell nicht ich hab nur Fieber aber wir müssten doch noch die ist doch so viel in dem Spiel Flughafen und solche Sachen wir müssen doch noch so viel finden naja vielleicht wie gesagt wir haben nur eine begrenzt im multiplayer ich bin mir sicher dass wir noch viel finden irgendwo muss es doch einen Weg geben oder? nicht für ich bin mir es ich bin mir Da unten ist auf jeden Fall auch wieder eine Schlange. Wir müssen noch irgendwie beeistern. Ja, komisch, ne? In einem anderen Biom waren so gut wie keine Schlangen. Und hier in einer Tour. Wenn man mal wieder ein Lager finden würde oder sowas, ne? Meine Figur ist ein bisschen müde. Ich müsste mich mal... Okay, was ist das hier? Also es ist alles leer, aber ich kann kein Gürteltier... Ich habe ein Flugzeug gefunden. Das ist das Heckteil von dem Flugzeug. Und ne Höhle. Sehr gut. Und ich glaube, das vordere Teil von dem Flugzeug... Ich bin bei... Warte... 40, 24. Ich warte hier noch. Kannst du mal... Ja, schon wieder eine Schlange. Kannst du mal ein Bett organisieren oder ist da eventuell bei dem Flugzeug eine Höhle? Da ist eine Höhle, ja. Ist da ein Bett drin? Warte jetzt. Soll ich schon mal reingehen oder soll ich auf dich warten? Ja, lang kann die Höhle ja nicht sein. Wo bist du? 40, 20. Äh, 44, 20, warte. Moment, ich muss erst mal... Ich hab dich schon in den Höhle. Ich sehe dich schon. Ah, okay. Das ist, glaube ich, die Höhle, die war ich am Anfang schon hatte. Ja, da ist ein Bett. Ja, geh mal weg. Ich bin nämlich so gut wie weg. Da weg, ob sie die an. Ja, sehr gut. Mitnehmen kannst du eine Klinge rausmachen. Aber im allerletzten Sieg Kündchen hingelegt. Oh, ho, 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 ho. Oh, MC Klappen. Hier war ich nämlich schon. Das ist das Flugzeug, von dem ich gesprochen habe. Du wirst dich bestimmt dran erinnern. Weil das ist ja das Schöne, wenn man die Spiele alle sechs Wochen mal spielt. Hier ist auch eine Wasserquelle in der Nähe. Aber ein ziemlich ganzes Flugzeug. Ja, sehr seltsam. Ich bin so klein, aber... Na ja. So, so ganz ausgeruht bin ich noch nicht. Hier, und komisch, die Kohle, die von mir ist, ne? Die ist noch hier. Die habe ich da hingeworfen. Gibt es Videobeweis zu? Alter. Alter. Du elendes Drecksviech. Scheiß. Lump. Schlange. Ah. Hier ist übrigens auch ein Feuerbrett. Ich würde wahrscheinlich sterben. Ich habe Fieber. Ich habe ein Totentropsymbol. Komm hierhin. Läch dich da hin. Schlaf. Ah. So. Fuck. Hat er Bitch gesagt? Weiß ich nicht. Ich hab ihm nicht zugehört. Das Fleisch ist gerade jetzt draufgelegt, ne? Mhm. Hast du noch Kokosnussschalen, die du hier rauslegen kannst? Nein. Ja, noch Kokosnussschalen. Kann ich aber mal auskönnen. Wir bräuchten halt einen Steinring, ne? Ja, dann können wir Kokosnussschalen dahin legen. Ich weiß noch nicht, wie es dir geht. Soviel Steine hab ich nicht, dass ich da jetzt... Ich kann da auch keinen hinbauen. Dann machen wir da auch keinen hin. Da ist noch irgendwas im Weg. Ja, da ist noch irgendwas im Weg, weil da glaube ich gerade Essen liegt. Ich meine, ich kann natürlich schon mal im nahen Umfeld schauen, ob wir Steine finden. Dann kannst du gleich, wenn das Essen ist, weil... Du müsstest ja schlechter dran sein. Ja, ich bin ja gleich tot. Wieso tot? Ja, weil ich vergiftet wurde von der Schallsteine. Also brauchst du einen... Verband. Ja, ich wollte... Das gibt es, glaube ich, gleich draußen. Das wird schon... Das wird schon... Ja, ja, ich lege mir kurz hin. Dann ist er hier... Ja, aber es ist ja blöd, wenn dein Ding dann leer ist. So richtig kann ich es nicht verstehen. Anstatt mal eben zu sagen, gib mir mal, ich hab nicht... Oder... Waren auf dem ganzen Weg keine einzige Tabakpflanze mehr? Nee, ist doch jetzt alles gut. Ich hab mein Gift los und werde überleben. Schlimm. Gesundheit ist halt ein bisschen geschwächt, aber ich habe jetzt einfach eine Tablette, ähm... Dosis Schmerzmittel rein und das ist halt wieder gut. So ist das Essen jetzt. So, und schon ist die Gesundheit wieder fast oben. Danke, alles. Der macht mich fertig, ehrlich.